Ja je, du Rampensau. Oh ne. Guck mal, noch mal. Das ist ja ekel. Ich bin hier, um gegen rechts aufzustehen, weil ich es zur Zeit echt unerträglich finde, wie viele Leute sich irgendwie dazu berufen fühlen, zu rufen, wir sind das Volk, obwohl sie eigentlich nicht mal annäherungsweise die Mehrheit ist, was man eigentlich auch hier an der Veranstaltung relativ gut sehen kann und hoffentlich auch noch sehen wird. Ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst vor rechter Gewalt und ich habe keine Lust, mich davon einschüchtern zu lassen und will deswegen auf die Straße gehen. Das ist der Grund. Ich bin hier, weil ich einfach erreichen will, dass es hier aufhört mit diesen Protesten gegen Menschen, die hierher kommen, weil sie eigentlich nur Schutz brauchen. Und ich finde es einfach cool, dass das hier gemacht wird und ich dachte so, nimmst du den weiten Weg auf dich und machst das hier. Ein Zeichen setzen, dass es noch andere Bevölkerung gibt mit einer anderen Meinung und eine gute Musik. Die Stadt hat einen Platz bekommen, wenn uns der Platz schon vollgeber wird. Die Stadt hat einen Platz bekommen, dass es dann so gut ist. Die Stadt hat einen Platz bekommen. Die Stadt hat einen Platz, der das hierher ist und erinnert. Wenn man sie jetzt einfach umklappen kann, weil sie nicht nur die Praktikäte sind, das hierher ist. Die Stadt hat einen Platz, der hierher ist.